Fuss vor! Abschuss! Abschuss! Umschalten! Rückwärts! Abschuss! Rückwärts! Ich schätze mal, dass das hat 18. Ja. Bei dem wird er maßbar geben. Aber da kann der Peter nicht mehr ausmachen. Bei dem bin ich auch kein Fliesenleger. Du bist ja immer hier. Dann kannst du den Peter besser mal sagen. Einmal ausmessen. Hilfe! Hilfe! Weiter, Dani! Was? Nein! Hätte ich auch mal wieder gewonnen haben. 4-0 gewonnen. Gegen Viktoria B. Ja! Nein! 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 Bitte? Ja! Wer der spielt? Nichts, ich hab dir schon gemerkt, Mann! Ja! Mann! 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 Geh, 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 Junge! Schönen Gruß! Der will der Einstmann, der! Hilf mir, hilf mir! Und da! Gemischt, aber alles, wo ich sag mal nicht abliegt oder so. Ja, hm. Sehr nett. Cooles Problem. Und oben in dem Bereich, wo ich bin, ist halt eine Schlage auf den Fuchs. Achso. Aber nett gemacht. Digi! Digi! Gewonnen! Das ist unglaublich. Auf jeden Fall. Andere wird auch blödsinn. Ja, ja. 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 Ja! Ja, ja. Ja! Ja! Hand! Schülle Hand! Klarer geht's nicht! Klarer Hand! Für den der Hand ist hoch oder was? Ja genau! Ja! 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 Falsich heute! Timi Rüttel haben auch was an! Der Leiter war drei, glaube ich. Kadja, ruhig, Kadja! Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Es geht weiter, es geht weiter.